... bitte Vorsicht an der Bahnsteigkarte. Hey, da bist du ja. Wolltest du das auf Wiedersehen sagen? Natürlich. Oh, ein alter Schwede als Kaumher verkleidet. Sieh mal, wen ich getroffen habe. Ich stehe tief in Ihrer Schuld, Mike. Ich weiß, mit Dankesworten allein ist er es nicht abgetan. Ich weiß, Sie sind der Ansicht, ich sollte hierbleiben und alles aufklären, aber ich kann es nicht. Ich kann Sie gut verstehen. Ich steige jetzt an, ich warte im Zug auf dich, Kerl. Ich werde zusehen, dass ich Hockey im Gepäckwagen unterbringen kann. Ich wünsche dir eine angenehme Reise, Hockey. Alles Gute, Gast. Alles einsteigen, bitte. Ich habe noch etwas für dich. Mein Vater hat ihn mir zu meinem 16. Geburtstag geschenkt. Vielleicht möchte ich ihn mir eines Tages wiederholen. Pass gut auf dich auf.